Die internationale Turnerjugend versammelte sich zum 22. Internationalen Junior Team Cup im Sportforum Hohenschönhausen und die Kids stellten ihr Können und ihre Vielseitigkeit beeindruckend unter Beweis. Das Besondere an diesem Turnier ist, dass wir weltweit hier vertreten sind. 18 Nationen, zwei Top-Nationen sind dabei, die USA und Russland. Das zeigt die Bedeutung, sie kommen zu uns. Es ist eines der größten Nachwuchscups in Europa und wir sind sehr stolz, dass wir mittlerweile das 22. austragen dürfen. Keine Zeit zum Abhängen, denn der Turnnachwuchs musste in sechs unterschiedlichen Disziplinen ran und die Junioren lieferten unter anderem an Ringen, Reck und Pauschenpferd eine waghalsige Show ab. Da konnte sich im Eifer des Gefechts auch mal der ein oder andere Wackler einschleichen. Zu den internationalen Teams gesellten sich auch die Athleten des SC Berlin und nicht nur das Publikum, sondern auch der Bundestrainer. Sie waren mit der Leistung des Hauptstadtclubs durchaus zufrieden. Ja, gestern war ja der Mannschaftswettkampf gewesen und mit den Berliner Turnern, die ja auch Teil der Nationalmannschaft sind, war ich sehr zufrieden mit Platz 4, Mannschaftswertung. Ich glaube, die beste Platzierung seit über zehn Jahren. Die anderen Turnern der Nationalmannschaft haben schon viel versucht. Da ist noch einiges schiefgegangen, aber bis zum Länderkampf in drei Wochen haben wir noch Zeit und wir hoffen, dass wir dann noch ein bisschen stabiler tun. Vor allem Karin Rieder vom SC Berlin konnte an den verschiedenen Geräten überzeugen und verpasst in seiner Altersklasse nur knapp einen Podiumsplatz. Also für mich war der Wettkampf super. Im Wettkampf wurde ich Vierter und es kam überraschend, aber ja, sehr zufrieden. Jetzt im Finale auch am Boden Vierter. Da wäre vielleicht noch ein bisschen was gegangen, aber war okay. Bin zufrieden mit meiner Leistung. Die Teamwertung gewann wenig überraschend Russland und auch die übrige internationale Konkurrenz fand gefallen an dem Wettkampf in der Bundeshauptstadt. Mir hat dieser Wettkampf in Berlin wirklich Spaß bereitet, weil so viele Leute aus den unterschiedlichsten Ländern hier in dieser Stadt zusammenkommen, die so vor Geschichte strotzen. Dieses Gefühl ist einfach allgegenwärtig. Und bei aller sportlicher Anstrengung blieb trotzdem noch Zeit für eine Sightseeing-Tour. Wir waren an der Berliner Mauer, dem Fernsehturm und hoffen auch heute noch einiges sehen zu können. Tournende Extraklasse, elegant und spektakulär, einfach ganz großer Sport. Untertitelung des ZDF für funk, 2017